Hallo und willkommen bei Janni spielt die Spiele EverQuest. Ich habe ja noch diese Quest nach diesen Piraten zu schauen und diesen Zauber, dass ich unter Wasser atmen kann. Den habe ich jetzt mal benutzt. Ich brauche jetzt keine Luft mehr. Ich kann lustig drauf los tauchen. Aber hier sollen ja irgendwo Geisterpiraten sein. Aha, die da sind das. Ich brauche aber mein Pet. Ohne Pet wird das nichts. Das heißt, jetzt kämpfe ich einfach mal unter Wasser. Das klappt, die sind nicht Elite. Von daher sollte es ja gehen. Da werde ich nicht scheitern wie bei den Derwischen. Nehmen wir mal den da. Da habe ich den jetzt. Das war schnell. Der hatte aber nichts. Ah, den da. Jetzt weiß ich, ob ich da eine bestimmte Sorte verbrauche. Keine Ahnung. Zumindest hatte der auch nichts. Was ist das? Hm. Jetzt kann es aber auch gleich ein Blut sind. Ah, der hatte was. Die haben also nicht alle Arme und Beine. Die haben auch nicht jetzt, aber hey. Ich glaube es gibt die Piraten. Die Piraten schwer sind die ja nicht. Hier. Das ist ein gesunkenes Schiff. Das ist auch eine hübsche Idee, das einfach unter Wasser zu machen. Es gibt da solche Totems, die man kaufen oder herstellen kann. Und denen man unter Wasser länger atmen kann. Was dafür natürlich praktisch ist. Gibt es hier noch was anderes? Eine Schatzkiste oder sowas? Sieht nicht so aus. Na. Ich weiß nicht, ob ich weiß, was ich hier tue. Ich greife die einfach um. Das hat ja schon geblinkt. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ein Raider. Der ist auch ein Raider. Der hat auch nichts. Ach, das ist ein Pirat. Vielleicht der. Ja. Also die Piraten brauche ich. Bist du ein Pirat? Nein? Kein Pirat. Dann will ich dich nicht. Das ist auch ein Raider. Also ein Kleriker. Raider. Wie sieht man so schlecht unter Wasser? Alles Raider? Wo sind denn die Piraten? Das ist ein Sandkrabbe. Nee. Die brauche ich auch nicht. Ich brauche nur ein paar Raider. Vielleicht kommen dann Piraten. Ich weiß es nicht. Scheine mir ein bisschen. Ich glaube, ich brauche auch noch Skelettteile. Von daher. Hey. Also für die Skelettteile. Da fehlen mir glaube ich noch Teile. Ich bin mir nicht sicher. Wie immer. Ich kann mir auch unmöglich alles merken. Und die lassen weder Sachen für die Quest fallen. Noch Skelettteile. Piraten seid ihr. LMS Retribution. Bist auch kein Pirat. Ich seh das schon. Kein Pirat. Manchmal gibt es ja solche Platzhalter-Mobs. Ich weiß nicht, vielleicht sind die das ja. Bling, bling. Da wollen wir mal ein bisschen weiter rausschicken. Aber hier ist gar nichts mehr. Nein, das ist zu weit. Hier ist nichts mehr. Die können nur hier vorne sein. Da sind Fische. Die brauche ich gerade nicht so dunne. Da ist ein Pirat. Der war eben aber noch nicht da. Und den Klieriker auch. Nein. Zombies sind das. Okay. Zombie, zombie. Untersuchen. Untersuchen. Yay, jetzt fehlen mir nur noch. Oh, nur noch ein Organ. Ein Zombiorgan fehlt mir, dann habe ich die Zombiesammlung voll. Also du, Zombie, komm her, gib mir dein Organ. Kein Organ, was ist das? Eine Seeschildkröte, die auf dem Rücken schwimmt? Ach nee, sah nur so aus. Hätte ja sein können. Weiß ich nicht, wie viele Kröten schwimmen. Ah, ein Pirat, yay. Ring, Ring. Ring von Walma. Macht er was? Es gibt eine Quest, natürlich gibt es eine Quest, was sonst? Die Hälfte. Ich muss den Turm in den Ruinen von Walma studieren. Das sind doch auch Elite-Gegner. Was ist das denn? Hm, eine Kiste. Eine Kiste. Mein Walma sind ganz böse Skelette. Das weiß ich. Bin ich schon vorbeigelaufen. Tja, wo sind jetzt die ganzen Zombies hin? Zombie. Das war jetzt euer Glückstreffer. Ah, ich hab die Zombiesammlung fertig. Und das kann ich mir jetzt in die Wohnung stellen und das kann ich mir in die Wohnung hängen. Ja, das ist nett. Ich will gut aufheben. Nicht auszusehen verkaufen. Aber ich brauch immer noch einen Piraten. Zeigt euch, Feiglinge. Was war denn hier? Shark, Rock and Shark. Hey, ein Pirat. Gotcha. Ach, es fehlt ja immer noch einer. Das ist aber laut. Mein Pirat. Also wenn ich jetzt diesen Zauber nicht hätte, dann hätte ich jetzt wirklich alle zwei Minuten, ach, zwei Minuten, alle 30 Sekunden auftauchen müssen, um Luft zu atmen. Das ist schon ziemlich praktisch. Okay, die Totems sind auch nicht schlecht, aber die habe ich mir ja nur gespart. Und die spawnen ganz schön langsam. Ein bisschen im Kreis schwimmen. Oder Screenshots machen. Geht auch. Aber abendfüllt ist das nicht. Ah, ich glaube, ich warte mal auf den Respawn und schalte mich dann nochmal rein. Ah, der ist der letzte Pirat aufgetaucht. Zwei, drei Raider gehauen. Und dann kann ich ja. Ich glaube, die Hänsel gefunden, die ich gesucht habe. Pff, Elefanten. Die haben auch keine Ansprüche. Finde ich einen Elefanten. Fünf Elefanten. Mann, was brauche ich mir denn eigentlich damit? Strange Stone Vedge. Jetzt brauche ich doch wieder Luft. Zauber abgelaufen. Schnell auf der Runde. Ich wusste gar nicht, dass der Zeit gebunden ist. Oh, dass ich es gemerkt habe. So, jetzt gehe ich aber direkt nach Crossroads, repariere mich. Und dann auf die Elefantenjagd. Das ist Crossroads. Da vorne ist der Mänder. Den habe ich auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich zeige ihn aber nochmal. Da, diese nette junge Dame. Alles repariieren, bitte. Kann ich auch gleich mal beim Handy vorbeischauen. Das kann ich eintauschen, das kann ich eintauschen, das kann ich benutzen. Das kann ich eintauschen, das kann ich eintauschen, das kann ich aber nicht benutzen. Schade, das ist so. Oh, die ist doch viel besser als meine, so habe ich die nicht an. Seltsam. Das kann ich mal machen. Geht doch. Gar nicht die verkaufen. Die habe ich zwar selbst gemacht, aber meine Güte. Joint Relaxer. Muglitz. Die haben... Oh, meines ist besser. Das war in meiner Post übrigens eine Rasur. Also, super. Falls ich mich mal rasieren lassen will, kann ich das damit machen. Un-Earth-Strand. Wisdom Intelligenz, so Level 25, das dauert noch ein bisschen. Und der Ring, 14, wisdom, 16 Intelligenz. Oh, der ist gut. Den muss ich anziehen. Mach ich das doch mal. Also, der... Kann ich zumachen. So. Der Ring ist ziemlich gut. Den ziehe ich an... Ah, zu früh geklickt. Auf den grünen, den da. Okay. Hab ich nur einen Ring? Schade. Eben am Hafen gab es auch noch eine Quest. Die habe ich angenommen. Dafür habe ich die beiden Geräte bekommen. 999 Jahre alt, der Port. Den kann ich noch nicht anziehen. Oh, du hast es, wenn man sich tragen kann. Das kann ich. Das kann ich. Ich habe eine bessere Version davon. Schade. Das ist auch Trophäe. Das kann ich lernen. Yay. Okay. So, wirklich ganz doll ergeblich war das jetzt nicht. So, und den einen Ring kann ich verkaufen. Genau. Finde mir gut, wenn das Gapäck leer ist. Was denn? Ach. Uch. Got it. Okay, auf zur Elefantenjagd. Da sind sie schon, die Elefanten. Sind auch nicht allzu schwer. Die sind grün. Aber hübsch. Nummer 1. Jetzt kann ich einen richtig schönen Screenshot nehmen. Bei einem dicken, fitten Elefanten. Und ich finde die echt toll gemacht. Gleich zwei. Aber natürlich nehme ich doch. Nicht weglaufen, dummi. Ach. Nein, die habe ich jetzt so schön fotografiert. Die bringe ich nicht um. Ich kann aber nichts tun. Ich brauche sie doch für eine Quest. Du noch. Du noch. Ich bin gespannt, was ich da nach brauche. Ich bin gespannt, was war es. Unglaublich. Eine Quest abgeschlossen. Hammer. Kann ich nicht anziehen. Okay, aber... Hey, ich habe eine Quest abgeschlossen. Jippie. Da freue ich mich immer. Und jetzt hat es jetzt mit dem Ding hier Aufsicht. Ich lokalisiere einen Schatz. Alles, was orange leuchtet, ist mein Kopf. Ich sehe überhaupt nichts. Wie soll ich da jemals einen Schatz lokalisieren? Das ist aber ein Scherz. Natürlich hilft mir da die Meck dann weiter, aber... Wenn ich das jetzt nun selbst lösen wollen würde, hätte ich ein Problem. Ich meine, der liegt auch immer ziemlich da. Da, zum Beispiel. Da ist so ein Spot. Das probiere ich jetzt mal aus. Da gehe ich hin. Und dann schalte ich mal dieses Ding ins ein. Ein Spieler, ein Spieler. Snookums. Der einen komischen Begleiter hat. Okay. Hier müsste eigentlich was sein. Hier. Nochmal das Ding. Nochmal das Ding. Hier leuchtet oder was? Ich sehe nichts leuchten. Sorry. Ich grabe einfach mal drauf, wenn nichts leuchtet. Ich verstehe es nicht. Dann stehe ich genau drauf auf der Stelle. Auf der Stelle, die die Map zeigt, nicht die hier irgendwo ist. Weil ich sehe hier keine Stelle. Beim besten Willen nicht. Nochmal. Nochmal. nichts natürlich finde ich nichts an den stelle gucken ich weiß das sind einige stellen natürlich da bin ich gerade weg irgendwas was auf dem weg zu dem turm liegt vielleicht ein versuch das ist eine sehr umfangreiche quest das gerät einschalten da möchte ich noch irgendwas bekommen eine brille oder so der ist wichtiger bis zum wohnstein ernst habe ich schon gerät nicht im traum ist hier irgendwas da ist nichts ich verstehe ich weiß nicht noch mal von ein bisschen weiter weg das ganze pferd lila weiß nicht ob es vorhin auch war süß will dann den erdhaufen auf wirft aber das bringt mich nicht weiter tower of walmart ist hier nämlich nur noch ein kleines stück da reite ich jetzt noch hin vielleicht habe ich da mehr erfolg das ist das dead horse valley und hier sind alle alle elite schon hat mich an das könnte gehen Also das wird sicher gehen, oder? Der Tunnel ist da vorne irgendwo so um die Ecke. Undying Essence. Ja, wirklich. Was ist denn eine Undying Essence? Es gibt schon seltsame Sachen. Da ist ein Turm, oder ist das der Turm von Valmar? Was wohl? Okay. Oh, ich muss jetzt mal auf. Postle. Hey, ich mach genug Damage, ja? Lässt er nicht. Siehst du? Tot. Ja, ich mach's trotzdem. Noch einer? Hm, der ist weiß. Ich mach's. Ich mach's, ich mach's. Ich mach's, ich mach's. Oh, oh. Ja, okay, aber die Folge ist eh schon wieder zu lang. Hier ist nicht mal ein Männer, was soll das? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Achso, ich bin noch fast da, wo ich hinwollte. Okay. Bett. So, nur eine Tür. So, die nehme ich jetzt noch unter den Rippen. Ist ja auch der einzige Turm hier. Und da vorne ist auch einer. Was ist denn jetzt der Turm von Weimar? Der? Ah, sieht so aus. Ah, ich kann doch schleichen. Mich unsichtbar machen. Nicht werkt das ja. Ups. Okay, und schon sind sie taub. Ist schon mal schön. Yay. Ja. Doch nicht so yay. Ich muss ein paar von diesen Typen töten. Den da. Kommt, gib alles. Nicht runterspringen. Die sind so viele, dass wir so. Ich muss ja nur noch ein Pizze geschnitten. Ja. Ich hab das nicht so gut gemacht, aber das ist alles gut. Warum zählt das jetzt nicht? War das kein Crusader? Komisch. Nein, abbrechen, abbrechen. Den holen. Probier ich es nochmal mit dem neuen Bit. Junge, auf gehts. Ah, okay. Oh, okay. Und eigentlich ist es schon tot. Okay. Das ist noch ziemlich schwer. Und das hilft nicht. Diesmal muss ich erst zum Schmied. Na, vielleicht könnte ich hier ein paar von den Blumen. Ich bin doch jetzt schon da. Das sind immer so weite Wege. Ich bin ja jetzt erst bei 80%. Kann ich mir jetzt die blauen oder die grünen aussuchen? Disziplin, nein. Das ist einer von den falschen. Das müsste ein richtiger sein. Ich habe kein Pet. Nein, abbrechen. Ich nehme den alten. Der ist nicht so schnell gestorben. Hatte ich den Eindruck. So wie ist noch einer. Jetzt will ich es wissen. Du. Komm her. Ja, wo auf mich drauf ist. Gut, ich kann mich springen rein. Das Pet kann ich nicht so gut heilen. So ein Level macht schon einen Riesenunterschied. Der hat jetzt wenigstens gezählt, dass sich diese Essenz auf sich hat. Brauche ich die für irgendwas später mal? Ich weiß es nicht. Die nicht so ätzend hier rumlaufen würden. Ich gehe mal woanders hin. Zwei schaffe ich nicht. Das kann man vergessen. Das ist ein Apostel. Den brauche ich nicht. Kompliziert. Naja, ich würde sagen, ich mache hier. Was ist das denn? Ah, dafür brauche ich die Essenzen. Jetzt verstehe ich es. Noch ein bisschen. Und wie finde ich diese Geräte? Mal auf die Karte gucken. Da ist eins. Da ist eins. Das war das, wo ich eben war. Da ist eins. Mach doch mal da hin. Ich will dauernd aufreffen, zu spielen, weil die Folge sonst zu lange wird. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich weiß, ich hatte das auch schon mal angefangen. Kann sein, dass hier jetzt gar kein Gerät mehr ist. Das habe ich dann wohl schon gemacht. Das nächste war das hier. Mist, das Kletter. Guardian. Da gucke ich so nicht hin. Jetzt habe ich noch mein Pet. Das ist ein Stück weiter. Ah, ich sehe es. Ah, ist nicht. Drei fehlen noch. Die waren alle irgendwo weiter da drüben. Das habe ich. Das habe ich. Das ist aber eher weiter vorne am Fluss. Ich sehe mich nicht. Ich sehe mich nicht. Jey, das habe ich gerne gesehen. Da, ich sehe es. Ich habe es. Die nächste ist. Uch. Da schon. Nein, da. Spielen ein bisschen mit der Map macht ja nichts. Ja, ich sehe es. Jetzt fehlt nur noch eine. Vielleicht ist es ja die hier. Ich weiß es. Nein. Och. Ja. Ich habe keine Idee, welche mir noch fehlt. Ich hatte auch nur einen einzigen gemacht. Hey, den hatte ich nicht gemacht. Das ist cool. Und jetzt. Return to Tessera. Das ist ein Eisheit, von dem lasse ich die Finger. Nicht schon wieder sterben. Ja. Und hier logge ich mich jetzt aus. Weil beim nächsten Mal brauche ich ja noch neun von diesen Crusadern. Ich stehe mich schon ein bisschen auf Abstand. Ich werde mich nicht direkt sehen, wenn ich das nächste Mal einlogge. So. Also. Das war es für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.